So, hier sehen wir das schöne Gilvors. Hier kann man gut meine Charakter betrachten. So, nehme ich mal diese. Das Lagen geht ziemlich fix. Meistens. So, hier sehen wir Ascalon mit ziemlich vielen Spielern, wie wir gleich sehen können. Kann ich hier auch mal schnell meinen Umhang zeigen, oder unseren. Dann gründen wir mal die Gegend. Schöne Wiesen. Hat auch jetzt irgendwie mehr Blumen als zuvor. So, hier sehen wir uns. Und kaputt. So, hier sehen wir uns. So, hier sehen wir uns.